Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Krypto-News. Heute wieder ein Update zu Bitcoin. Die Leitwährung macht heute einen schönen Sprung nach oben. Sie geht steil. Hat heute einen Plus von 2,8% fast hingelegt. Wir schauen uns nachher mal an, woran das liegen könnte. Wir haben hier einen starken Widerstandsbereich zwischen 40.000 und 45.000 US-Dollar. Das habe ich euch in meinen letzten Videos schon erklärt, dass wenn dieser Bereich durchstoßen wird, dass wir dann wieder weiter gen Norden gehen könnten. Aber dieser Bereich ist halt sehr, sehr stark zwischen 40 und 45.000 US-Dollar und der muss halt erst überwunden werden. Heute macht es ganz gut ein Anzeichen, dass dies passieren könnte. Ja, wir sind jetzt wieder knapp bei 44.000 US-Dollar und ja, meine Prognose für Jahresende zwischen 40 und 45.000 US-Dollar hat ja hingehauen. Wir haben ja geschlossen irgendwo bei 42.500 quasi 2023. Jetzt haben wir heute den ersten Tag 2024 nochmal gutes neues Jahr nochmal nachträglich. Wenn es jetzt noch keiner in meinen Kurzvideos gesehen hat, da habe ich ja schon mal ein gutes neues Jahr gewünscht. Aber für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, hier an dieser Stelle nochmal ein gutes neues mit viel Gesundheit und Erfolg, Glücklichsein und Zufriedenheit. Eigentlich das das Wichtigste. Gesundheit, Zufriedenheit und glücklich sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, zurück wieder zum Bitcoin. Wir haben hier ein schönes Chartbild, hat sich entwickelt. Und zwar haben wir hier die grüne Kerze, die sich jetzt über der 10-Tage-Linie bewegt. Ein absolut bullisches Signal. Wir sind über der 10- und über der 20-Tage-Linie. Fast hier am oberen Bollinger-Band. Das heißt, hier könnte ein Ausbruch passieren. Die Bollinger-Bänder sind wir jetzt hier schön zusammengegangen. Das heißt, wir hatten hier eine geringere Volatilität in letzter Zeit. Und jetzt sind wir wieder quasi am oberen Bollinger-Band fast dran. Und wenn denn jetzt ganz gute News kommen, dann könnte der Kurs natürlich nach oben ausbrechen. Und das wäre natürlich sehr nice, wenn wir hier die 45.000 US-Dollar knacken könnten. Nachhaltig natürlich knacken könnten. Wenn wir sie nur ganz kurz knacken, nutzt das natürlich nicht viel, sondern es sollte schon nachhaltig sein und über mehrere Tage hinweg. Und dann können wir das wieder als einen starken Widerstandsbereich sehen. Dieser Bereich zwischen 40.000 und 45.000 US-Dollar. Und der Coin könnte sich dann weiter gen Norden entwickeln. Erstmal um die 50.000 US-Dollar. Und dann vielleicht kurzfristig nochmal dann die All-Time-Heist. Dann erstmal testen. Aber gut, da ist noch ein bisschen Weg hin. Von daher sollten wir erstmal abwarten. Es geht ja hier um die ETFs, um die Bitcoin-Spot-ETFs, die jetzt bald genehmigt werden. 10. Januar ist es ja endgültig dann soweit. Da muss die SEC ja entscheiden, ob diese Spot-ETFs genehmigt werden oder nicht. Letzte Woche am Freitag, Dollars am Freitag haben ja verschiedene Emittenten diese nachgearbeiteten Anträge an die SEC eingereicht. Unter anderem BlackRock und Faneck. Das sind so die größeren, da sind noch einige kleinere dabei, die da auch weiterhin diese Anträge ausgefüllt haben und nachgereicht haben an die SEC. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wer bringt den ersten ETF auf den Markt. Und der hat natürlich klare Vorteile. Und deshalb wird jetzt natürlich der Kampf darum sein, wer bringt den ersten ETF auf den Markt. Wird es BlackRock sein, wird es Faneck sein oder Bitwise oder irgendjemand anders. Und dann werden natürlich Werbung geschaltet. Ich habe euch ja gesagt, in meinem letzten, vorletzten Video ging es auch darum, dass die ersten schon Werbung geschaltet haben. Das war, glaube ich, Bitwise hat hier Werbung geschaltet und, glaube ich, noch zwei andere. Aber BlackRock, das ist natürlich einer der größten, die hier den ETF auf den Markt bringen, die werden natürlich dann auch ganz schnell Werbung schalten. Und wie gesagt, die anderen natürlich dann auch. Jetzt geht es darum, dass, wie gesagt, am 10. Januar, ja, müssten die, ja, muss die Entscheidung fallen von der SEC. Aber es könnte bereits morgen oder übermorgen eine Information darüber fallen, dass quasi am 10. Januar die ETF starten können. Das heißt, morgen oder am Mittwoch, ja, könnte die SEC quasi darüber informieren, dass die Genehmigung da ist und der Start in der folgenden Woche, ja, beginnen kann. Ja, das ist im Prinzip eigentlich die Vorgehensweise. Die werden, ja, wahrscheinlich natürlich im Vorfeld schon den Unternehmen Bescheid geben, die, ja, die dann quasi diese Genehmigung bekommen. Und wie gesagt, das könnte morgen und übermorgen der Fall sein. Wir dürfen gespannt sein, ob dies passiert. Ich glaube, dass es daran liegt, dass heute der Bitcoin hier so gen Norden geht, so einen schönen Sprung nach oben gemacht hat, weil eben BlackRock und Fanec und die anderen da ihre Einreichungen am Freitag gemacht haben. Das ist jetzt die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt die, dass diese Aussage natürlich im Raum besteht, dass die SEC ja schon morgen und übermorgen natürlich Bescheid geben könnte, dass ja am 10. Januar bei dem einen oder anderen natürlich der ETF schon an den Markt gehen kann. Und das ist die Situation und darauf dürfen wir gespannt sein, was da morgen passiert. Ob es da, ja, tatsächlich oder morgen oder übermorgen, ob da tatsächlich die SEC, ja, die Katze aus dem Sack lässt und sagt, okay, ab 10. Januar, keine Ahnung, geht der ETF von BlackRock schon an den Start. Und das könnte natürlich dem Bitcoin hier noch einen Schub nach oben verleihen und dann natürlich dafür sorgen, dass hier eventuell die 45.000 geknackt werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht mit dem Bitcoin. Wie gesagt, ein sehr, sehr starker Widerstandsbereich zwischen 40.000 und 45.000 US-Dollar. Und wenn wir den knacken, dann haben wir echt viel geschafft. Und ich hoffe, dass dies gelingen wird. Ich bin gespannt. Wir schauen einfach, was die nächste Woche so bringt, ob morgen tatsächlich die SEC sich da meldet beziehungsweise morgen oder übermorgen sich dazu meldet. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal nicht viel dazu zu sagen. Alles Spekulationen und wir müssen abwarten und Tee trinken, was passiert. Und bis dahin würde es mich natürlich freuen, wenn ihr Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr jetzt was von Bitcoin, von anderen Kryptos und auch Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!